Ich bin die Geschäftsführerin von NatureFund. NatureFund ist eine Naturschutzorganisation. Unser Hauptziel ist es, Land zu kaufen für die Natur. Wir übergeben das Land quasi nach dem Kauf der Natur, damit die Natur machen kann, was sie will. Und bereits seit 2007 sogar, aber richtig ab 2011, suchen wir nach Möglichkeiten, wie kann man gerade Landwirtschaftsmethoden finden, die den Bauern Profit oder Vorteile bringen, aber gleichzeitig das Land wieder aufbauen, den Boden und sehr viel Ertrag. Und eine zentrale Form ist aber Akkuforst und vor allen Dingen der dynamische Akkuforst. Und das testen wir hier.